Ja, ein Stall. Die sitzt da unten im Rohr. Guck mal hier, ich hab sie. Die hat Angst. Die sieht man so besser als in der Natur. Aber die andere war schwarz, ne? Ich sag dir, da sind mehrere Rohr. Ich fass den Boden nicht mehr an. Lass sie. Und wieder rein. Nee.